Servus nach Augsburg. In Europa kennt euch keine Sau? Das stimmt nicht, aber schaut selbst. FCA Augsburg hat jeden Tag im Oktober Süle, bei Schönen und FCA Sonderlöwes. Ankara Türkei, in die Lektiven Wiese. Viel Erfolg! Wir wünschen dem FCA viel Spaß und viel Erfolg mit dem neuen Mannschaftsbus von MAN. Hey guys, we wish you a great season and safe travels with your new team bus. Wir von MAN haben den gleichen Körperinsatz wie der Sascha Mölders. Viel Glück! Dzień dobry z Polski. Życzymy FC Augsburg pełnego sukcesu w sezonu, z nowym Autobusem drużynowym. So hart wie ihr auf dem Platz arbeitet, arbeiten wir von MAN für euch. Jede Takum autobusüyle wäscherli bir sezon diliyoruz. Ankara Türkei den enn i dilekterimizde. Im Namen des kompletten Ausbildungszentrum für Glück und macht uns keine Schaden in Europa. Wir wünschen der FC Augsburg eine leckere Saison mit neuen MAN-Lagbussen. Kann man sich vor dem FC Augsburg verneigen? Man kann! Jungs, ich wünsche euch viel Glück für die Saison und das Motorerschießen klappt auch bald wieder. Wir wünschen eine schöne Saison mit dem FC Augsburg mit dem neuen Bus, Meilleur Vöde Augsburg in Allemagne. Auf dem Platz ist der Paul euer Kapitän, aber auf der Straße könnt ihr euch auf uns verlassen. Wir wünschen dem FC Augsburg eine erfolgreiche Saison mit dem neuen Mannschaftsbus. Die letzten Jahre habt ihr sich die Bayern besonders schwer gemacht. Auf der Straße war es mir euch besonders leicht. Wir wünschen dem FC Augsburg eine große Saison mit dem neuen ônibus des Teams. Ein starker Besuch von Caxias do Sul, Brasil. Auf geht's Jungs, ich bin einer der größten Fans von euch. Wir starten durch, durch Europa. Ich wünsche euch FC Augsburg mit der Europa League. Habt ihr gesehen? Insofern alles Gute auch von mir. Kommt gut durch Europa! Auf geht's Jungs!